Der Eberswalder Pflegedienst 360 Grad ist eingebunden in das Trägerwerk Soziale Dienste in Berlin und Brandenburg. Als Dienstleister für ältere, pflegebedürftige und behinderte Menschen ist die gemeinnützige Gesellschaft seit 2009 mit ihren Einrichtungen für die Menschen in unserer Region aktiv. Wir bieten außerdem Bildungs- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche an. Mit unserem Pflegedienst 360 Grad betreuen wir unsere Kunden so, wie wir auch gepflegt werden möchten. Die Würde des Menschen ist uns dabei oberste Richtschnur. Unsere Aufgabe ist, diese in der alltäglichen Praxis erlebbar zu machen. Der Kunde steht bei uns im Mittelpunkt. Ihn in seinem individuellen Menschsein anzunehmen und zu respektieren, ist unser besonderes Anliegen. Durch den Aufbau einer vertrauten Beziehung und der gegenseitigen Anerkennung helfen wir unseren Kunden in ihren Lebensaktivitäten. Haben Sie Fragen zu unseren Einrichtungen? Dann rufen Sie uns an oder kommen Sie vorbei. Wir freuen uns auf Sie!